Jo, hi, zurück zu The Last Guardian. Ich glaube, der Trikot hat da gar keinen Bock runter. Das Wasser, vielleicht mag der kein Wasser, ich weiß es nicht. Okay, wir hatten das letzte Mal schon hier ein bisschen unten das Holz da weggebrutzelt. Ich glaube, da geht es auch dann weiter. Ich weiß nicht, ob ich hier einfach so runterjumpen kann oder Trikot mit der Hälfte. Oder ich kann auch hier lang krabbeln irgendwie. Okay, man muss nicht unbedingt runterjumpen. Mal gucken. Okay, noch ein Stückchen. Kommt der mit? Scheinbar nicht, ne? Kein Bock drauf. Mal ein bisschen weiter gucken. Wir können hier ja weiter gehen, oder? Wir müssen nicht nass werden, zwangsläufig. Aber der Trikot wird nass werden. So klein ist er ja noch mal nicht. Okay, ich kann mir komplett rumlaufen. Okay. Oh, geil. Okay, was kann ich noch ein paar jetzt? Flatschi Wasser rein? Oh, das mag der nicht. Den Wasserfall zumindest nicht. Komm her, Alter. Ist nicht so schlimm. Guck mal, habe ich auch geschafft. Komm. Er zögert, ne? Oder? Er hat richtig Angst. Ich glaube, der kommt nicht. Komm. Oh, oh. Oh, nee, der kommt nicht. Hier geht's auch weiter, ne? Da oben lang. Aber wir wollen natürlich erst mal hier rein, denke ich. Oder? Mal zu gucken, was hier ist. Komm, Digga. Komm runter. Komm, Digga. Ja, komm. Sollen wir ins Wasser gehen, dass er sich vielleicht merkt? Kein Thema. Komm her. Ah, ja. Okay, der mag kein Wasser. Komm her. Oh, was ist das hier? Da kann ich drauf krabbeln. Ja, der hat überhaupt keinen Bock. Komm, ich probier mal. Vielleicht finde ich ja so Fresschen für den. Die schmeißen ja immer ins Wasser. Dann wird der schon kommen. So, dann gucken wir mal hier rein. Ah, eine Kette. Obwohl, lass mich noch mal eben kurz hier unten wirklich gucken. Das ist jetzt nur so ein Feuer hier, ne? Das ist nichts, wo man irgendwas machen kann. Okay, ich kletter mal hoch. Hm, okay. Da haben wir ein paar Fässer. Okay, was ist das hier? Es ist letztendlich nur dieser Raum, ne? Weiter rauf geht's nicht. Ne, und Trico ist da hinten. Das heißt, es würde sagen, es geht darum, die Fässer da zu holen. Na komm, da kannst du rüber gehen, ja. Die Fässer da zu holen. Hm, die, was ist da mit die Sch... Ist das eins? Ne, es sind zwei. Okay. Schieben wir einfach mal. Okay, sind die jetzt kaputt gegangen oder nur... Okay, wir nochmal schauen. Okay, ich bin unten. Okay, die Fässer nehmen wir natürlich mit. Oh, drei sind sogar. Okay, da kann er natürlich nicht widerstehen, denke ich mal. So, eins nehmen wir mal mit. Okay, komm, nimm. So, das ist schön lecker. So, Trico hängt noch da oben oder was? Guck mal hier, was ich hier leckeres hab für dich. Hm? Okay, ich mach das wirklich mal. Ich nehm mal eins. Und schmeiß das mal da rein. Ist das dann weg? Nö. Nö. Ach, geil. Na klar, wie geht ein Tier? Ist das das selbe? Hast du das? Hast du es? Komm, holst du hier. Ja, sehr gut. Okay, komm. Dann nehmen wir das hier auch noch. Okay, ich hab hier noch was für dich. Ja. So, natürlich nicht. So, natürlich nicht. Komm, holst du hier. Da braucht ein bisschen, ne? Hat er das? Ja. Okay. Ja, guck mal. Ach, das war nix. Okay, komm. Das muss ich nur noch üben. So, komm. In die Richtung stellen. Rufen. Und jetzt aber. Ja. Wiste? Gut. Okay, da war nix mehr. Aber hin geht's ja weiter, ne? Ups. Komm ich da ohne ihn rauf? Ich weiß nicht. Nö. Nö. Geht er mit mir zusammen? Komm, das geht. Ja, mit dein kleines Flügelchen. Sehr schön. Wow, geil. Das ist so cool. Alter. Ja, okay, verstehe ich. Es ist so cool gemacht. Ja, weil man denkt, man hat wirklich ein Tier hier, ne? Das, mit dem man halt wirklich, ah, da oben müssen wir rein wahrscheinlich. Ja, sehr wahrscheinlich, oder? Was haben wir denn hier noch? Da drüben geht's nicht rein, ne? Ich dachte, das sah so aus. Okay. So, und kann er da rauf? Ah, okay. An so'n Vorsprung kann er rauf. Okay. Hier auch. Guck mal hier, guck mal. War rein? Wir können da rein. Okay, es geht weiter, aber wir sind die einzigen, die da durchkommen. Er kommt da ja nicht durch, ne? Kann ich irgendwie rauf oder runter klettern? Spiel zu Ende. Okay, was geht denn hier? Kann ich da rein? Nein. So, er muss zurück in sein Dorf. Oh, runterfallen ist vielleicht nicht so gut. Trico lässt sich nicht, lässt sich nicht abbringen. Geh nach Hause, ja. Komm. Ey, Digga, alles klar, wieder da. Wow. Ey, das sieht so cool aus. Wirklich sehr schön gemacht. Wow, wir sind raus. Ach, du Schande. Okay, Riesenturm. Brücken. Brücken. Na, mit den kleinen Flügelchen bestimmt nicht. Lass uns doch mal gucken, ob wir was übersehen haben. Weil hier hinten können wir nichts machen, ne? Okay. Hallöchen. Ach, der ist so süß, echt. Wahnsinn. Ey, mit den Federn. Sieht so cool aus. Lass uns mal gucken, ob wir noch was Schönes für ihn finden. So ein lecker Mittagessen. Oh, was ist hier? Wir wollen nicht runterfallen, ne? Alter, wir wollen nicht runterfallen. Wow. Ja, wir gucken erst mal, Trico. Bleib mal locker. Okay, wir können da hinten natürlich weiterlaufen. Bleib mal da. Ich guck mal. Was ist denn das da? Okay. Da kommt man nicht rauf. Wollen wir aber auch nicht, ne? Da geht's echt sehr steil runter. Also Vorsicht. Ketten. Okay, was ist das hier? Wo macht er denn? Ja, bleib mal da, bleib mal da. Guck mal da rauf. Ne. An den Ketten kann ich mich da festhalten. Ja. Ja. Okay. Was bringt das? Ich hätte jetzt aber auch hier einfach weiterlaufen können, oder? Ja, ich laufe mal weiter. Der sitzt da hinten schön, ne? Sehr gut. So, was haben wir hier jetzt? Jede Menge... Solcher... Alter, der springt jetzt wirklich da rauf. Guter Balanceakt. Alter, Schede. Ja, gut. Schön vorsichtig bleiben, Leute. Schön vorsichtig bleiben. Okay, jetzt muss ich aber wirklich da ran. Und dann kraxel ich da rüber, ne? Kommt er weiter hinterher, oder was? Alter, der... Alter, rundherum stürzen Dinger ein. Na gut, aber der kann ja... ...balancieren kann er. So, seltsam gesprungen. Einen weiter, ne? Kannst von hier aus nicht sehen. Ich gehe noch ein Stückchen weiter. Lass ihn mal fallen. Und schaue mal, wo er ist. Jetzt sitzt er da oben und schaut so. Oh, der ist so süß. So, weiter gucken. Okay, ich muss ihn auf jeden Fall darüber achten. Äh, springt er den Ball her. Ja. Okay, gut. So, wo sind wir hier? In Empore. Und da drüben kann man ihn natürlich reinputzen. Lass ihn zurück. Lass ihn mal... Ah, er ist schon gekommen, ne? So, rüber gesprungen. Sehr geil. Okay. Gut, wir benutzen mal den Spiegel. Und zwar da drüben, ne? Das kann man alles wegballern. Oh. Oh. Irgendwas ist hier dieses Ding hier. Oh. Das geht da runter. War theoretisch natürlich eine Brücke. Für mich. Okay, aber... Was geht denn hier hinten noch? Mal gucken. Ist hier noch irgendetwas? Ne, ne? Ja, bleib mal da. Das ist hier mit Brücke. Ja, 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 ja. Gut, ist. Hier kommt. Also, darüber gehen muss ich wohl sicherlich. Jetzt nicht darüber balancieren. Du kannst auch rüberspringen. Junge. Okay, wenn es ihn aushält. Okay, hier gibt's nix. Ja, komm, wir gehen gemeinsam. Komm her. Okay, da kann ich nur durch. Er wahrscheinlich nicht. Na, durch diese kleinen Löcher hier. Was ist hier? Sonst kann er da oben wieder durch irgendwie. Das kann man von hier noch nicht sehen, ne? Warte mal. Ich geh mal da durch. Na, keine Ahnung. Noch ne Treppe. Oh, er guckt da durch. Hey, hey, bleib locker, bleib locker. Hey, alles gut. Alles gut. Alles gut. Ja. Hey, bleib mal drin, bleib drin. Bleib drin. Okay, was ist hier? Nix. Schwimm wohl auch nicht. Hier war ja noch ein Ausgang. Können wir jetzt wieder reingehen. Alter, komm doch mal wieder raus. Jetzt hat er sich ja festgefressen. Ja, bleib doch mal hier drin jetzt eben. Wart mal ab. Kann man da oben noch irgendwo lang? Na, sieht nicht so aus, ne? Also, ich geh mal hier durch. Aber ich kann dir mal vorstellen, dann ging eine Treppe rauf, ne? Die kann ich natürlich raufgehen. Da hinten geht eine rauf. Hier geht eine rauf. Was ist denn hier so? Das scheint am wenigsten interessant zu sein. Okay. Also, ich geh einfach mal hier, obwohl natürlich die nahe Treppe besser wahrscheinlich ist für Trikot. So, dass ich den hier irgendwie mit reinkriege. Okay. Das ist verschlossen. Und sehr hoch. Alleine wird das nix. Seid ihr nicht, ich muss da hochkrabbeln. Ach, jetzt guckt er durch das andere durch. Ey, das ist so süß. So, okay. Ich geh die Treppe hier, obwohl da hinten kann ich vielleicht raufkrabbeln, ne? Hier kann ich rauf. Oder? Hier rauf. Ja, ist ja gut. Weil das da oben sieht ja sehr nach Krabbelnage aus, ne? Von hier vielleicht rüber. Also, komm. Ich geh mal hier rauf. So, da geht's da lang. Ah, okay. Müssen wir wahrscheinlich nachher ein bisschen rumbrutzeln mit ihm. Ah, okay. Das ist von oben, oder? Hier haben wir vorhin alles rumgeschmissen. Kommt er zurück? Mal gucken, müsste er da unten rauskommen, ne? Ah, da kommt er. Hey, komm. Ja, komm rauf. Komm. Jo, alles klar. Komm. Hier kannst du rein. So, dann war doch hier irgendwo jetzt dieses eine Stück... Kommt er mit? Ja, ne? Das reicht für ihn, oder? Hm? Ja. Okay. Dann lasst uns mit dem Spiegel das da mal kurz wegbrutzeln. Nee, das würden wir auch nicht nehmen. Take it. Achso. Spiegel weg. Und nehmen. Kriege ich das nicht? Zieh. Ja, komm. Okay, ich hab's. Alles gut. Komm mal hier, Digga. Ja, siehste. So, jetzt läuft's auch mal mit dem Fang. So, wir können hier durch. Und ich denke, er kann mich dann hier oben rauf... Auch hier... Mir hier oben rauf helfen, oder? Da ist eine Kette. Mehrere Ketten. Ja, ich glaube, hier geht's lang. Oben kann ich hier auch nochmal schauen. Komm mal her. Komm. Hier, ein bisschen näher ran, komm. So. Ich mach mal rauf auf ihn. Nee, ich dachte... Nee. Okay, ich bin da drauf. So, ich krabbel auf jeden Fall mal ganz rauf, ne? Will ich denn ganz... Ich denke mal, darüber bringt ja mal nix, oder? Lass mal kurz gucken. Hier rauf schauen nochmal. Ich geh mal kurz rüber. Aber sehen tue ich hier nichts. Ich kann mich auch nicht richtig umdrehen. Ich geh mal weiter rüber. Weil hier auf dieser kleinen Plattform... Da müsste ich mich eigentlich umdrehen können. Mal gucken. Da drüben rüber. Hätte das was gebracht? Nee, ich glaube nicht. Da oben rauf bringt auch nix. Ich geh mal einfach hier weiter. Okay. So, hier oben rauf. Hier war ne Kette. Genau. Okay. Rauf. Okay. Eher da rüber, oder was? Mal gucken. Wow. Okay. Neue Ecke. Jede Menge Futter. Ich geh nochmal aber zurück, weil es ging hier ja noch jede Menge weiter, oder? Kommt der hier mit rauf? Ja, kommt er. Hallo, komm her. Dann kriegst du erst mal Futter. Okay. Okay. Okay, mehr als das ist da auch nicht los, oder? Ich kann jetzt nur das Ding finden, okay. So, also. Ja, ist ja gut. Da hinten geht es auf jeden Fall weiter. Ich lasse ihn hier jetzt mal ein bisschen schmoren, weil... Da hinten... Ah. Ja, komm her. Ich soll es sein? Bisschen streicheln schadet nicht, ne? So, ich will es mir hier nochmal anschauen, weil das kann ja nicht alles gewesen sein. Wie kann man... Ach, da drüben. Wo komme ich denn da hin? Einmal rumkrabbeln, oder was? Okay. Mal eben einmal... Ey, ey, ey. Oh, nicht so rennen. Komm. So, was hätte ich davon, wenn ich jetzt da mich nochmal runterhängen lasse? Erstmal gar nichts, ne? Hm. Komm. Okay. Äh, das... Oh, geht es irgendwie weiter? Nein, ne? Nö. So, wenn ich da rüber wollte. Hm. Muss ich das mit ihm machen? Er springt einfach mal da krass runter. Okay, und da drüben rauf. Ja, komm rauf. Ja, komm rauf. Komm, jetzt, komm rauf. Ich bin eskiss. Ich bin eskiss. Wir können ihn da rüben rauf, also ist das ja interessant, aber er kann sich da scheinbar nicht für entscheiden. Komm, da rüber. Aber er ist doch groß genug, da hat er keinen Punkt drauf. Okay, komm. Er ist doch aber groß genug, dass wenn ich... Ja, is it. Alter. Schnell hoch, komm. Wenn ich jetzt runter gehen würde und mich da drüben hinstellen würde, ist er dann groß genug, oder? Groß genug, mich da drüben hinzubringen, auf jeden Fall. Also von daher will ich das mal ausprobieren. So, wo ist die lange Kette? Die war da drüben, ne? Ja. Alter, ich wollte gerade sagen, ey. Kein Scheiß. Nee, ich möchte eigentlich da rüber. Kann ich so hin und her schwingen vielleicht? Ach, verstehe. Er dreht sich. Ja, und dann, ne? Dann geht das, oder? Ja. Ja. Okay, ähm... Dann kann ich hier runter nochmal und da runter. Ich muss mich komplett runter kraxeln und dann müssen wir... Ops. Oben aus der Höhle müssen wir dann runter gehen, ne? Okay, komm. Noch weiter, noch weiter, noch weiter. So, und hier kann ich mich auch eigentlich runter lassen. Genau. Gut, und dann können wir da drüben... Oh, aber da brauchen wir ein Trikot für, ne? Komm her. Komm her. Ja, genau. Ne, ne, ne. Nicht weggehen. Wir wollen da hin. Ja, okay. Und noch eins höher. Und noch einen. Und jetzt gehen wir rüber, ne? Uh. So. Tout. Ah, das ist drauf. Ah, gut. Okay. Okay. Ja. Ja. Na komm. Hat er es jetzt gefuttert? So, komm, das kriegt er noch mal von mir. Okay, gut, jetzt müssen wir da leider noch mal rauf. Na komm. Jetzt springt er da ganz rauf, das ist natürlich supergeil. Komm, mach. Nee, mach da nicht, komm. Ja, die du. Ja, die du. Ja, die du. So, komm her, Vogel. Wir wollen hier ran. Genau. Gut. Das passt so gut. Immer mal ein bisschen streicheln, aber das kann mir nicht schaden. So, und jetzt wollen wir mal gucken, dass er jetzt nicht wieder wegläuft. Bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Nein, 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 nein. Ja, komm. Ach, Junge. Oh. Da bleibst du stehen. Oh, Digga. Hm, okay, also ich versuch's nochmal anders. Hätte ich nicht gedacht, dass das so lange dauert, dass er hier jetzt klarkommt, weil wir waren ja schon mal. So, komm, ich möchte hier rauf. Ja, so. Vielleicht muss ich von dieser Seite rauf, dass er dann nicht wegläuft oder so. Ich weiß es nicht. Nö, nicht weggehen. Ja. Uh, okay. Gut, jetzt gehen wir oben durch das, ähm, gehen wir zu dem, ähm, Tor, was wir wegspringen können. Oder gehen einfach ganz rauf, so wie wir es vorhin schon gemacht haben. Oh. Oh. Eine Aldechse. So, ran an die Kette. Die? Anita? Oh. Oh. æ Närsüß highland Zeit kriegt, Na komm. Na, da kommt er. Okay, braucht ein bisschen länger. Das kannst du auch noch wegbrutzeln da, oder? Okay. So, stecken wir immer wieder weg. Und schauen weiter. Okay, wieder ein Gitter. Oh, da komm ich ja diesmal nicht durch. Das haben wir hier doch da unten durch, oder? Ja. Ja, was haben wir da? Wow, voll die Lichtung dahinter. Kann er jetzt auch durch? Wieder oben rüber springen? Scheinbar, ne? Ja. Oh. Direkt in den Kameramann. Okay, cool. Was ist hier für ein Bogen? Keine Ahnung. Notiert, oder? Wirklich geil gemacht. In dem Disco spiegelt sich alles. Wie geil. Also in dem Spiegel spiegelt sich alles. Na, komm mit. Wow. Eine Riesenlichtung. Okay, hier werden wir erstmal ein bisschen verschnaufen. Und sehen uns dann in der nächsten Session wieder, ja? Okay. Bis dann, ne? Ciao.